hallo 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 was ist denn da viele gehen auf diesem berg hinauf alle rennen ja hinauf und jeder wollte immer bergen rasieren alle reinen sie hinauf und auf einmal ist doch ja kam der große lawine ja vom berg runter ist da klar lauter eis und grümmen ja und viele wurden zugeschüttet ja und jeder sagt sich warum sind die alle aufgegangen ja wird es nicht einfacher sie blieben mit alles ja denn sie wollten rauf 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 das wollten sie aber jetzt ist rauf 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 und alle alle flogen herunter ja warum sagt man immer auf die berge rauf da ist die katze auch schon da da ist sie auf dem berg lebt eine wildkatze ja die wildkatze ist auch schon da auch die will auf dem berge leben ja und was macht die katze da sie will sich vergnügen lassen ja ja die katze katze ja mit sie mit sie katze ja ist am berg wirklich ja die will sich auch vergnügen ja ja ist noch eine katze da da drüben ist noch eine ja aber das ist man nicht sogar die ist da drüben auch wirklich ja wo ist die katze katze ja hier ist die katze ist noch eine da die hat sich versteckt auch ja eine katze katze die muss sich versteckt hat ja hier ist eine wirklich ja so ist es wirklich ja überall auf den bergen ja sieht so viele katzen ja und alles rauscht herunter ja 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 ja